Warte, warte. Schönen guten Abend. I would like to invite you to my party. God bless you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja gott sei es gedankt also die letzten tage das war ja eine grütze es war ja kaum zu überbieten also selbst mir ist da die lust vergangen also selbst am freitagabend war es noch unspielbar freitagnacht kam er dann der patch und dann ging es okay das ist schade es ging ja wirklich nichts also ich hatte mich ja nach der nach der konzerten konnte ich mich ja gefreut einen rechner gesetzt jawohl macht mache ich noch ein bisschen wenigstens hangar wieder fertig machen und so es ging ja nichts es ging ja nicht die schiffe kam ja nicht mal ja oder du hast direkt 30 grad nach 30 gehabt das richtig genau also ich glaube ich habe in den zwei wochen 30 oder 40 30 gras mitgemacht das hat mir dann gereicht ach siehst du von hinten habe ich zum beispiel ein marker der ist aber stationen über auf protest von euch beiden habe ich auch den namen es ist ja nicht ich bin noch nicht bei euch die idee sings ja die nur dass du nicht unrecht ist das ist wirklich das ist nicht so ganz witzig das stimmt die idee sings sind ja gar nicht das problem man muss halt den anakin skywalker machen und dinge sehen bevor sie passieren ja das stimmt genau das ist gut stehe die problematik jetzt ist ja spezial begrüßung oje ein falsche kamera du hast wieder eine gewagte kombi an so schlimm sieht es aber glaube ich nicht aber interessant sagen wir es mal so sehr spannend kurze frage was wollte denn eigentlich machen das ist jetzt mal so eine grundsätzliche frage wollen wir ein paar hier schiffs bauties machen das kann man ja auch längere zeit jetzt nicht gemacht dann packe ich nämlich alles aus dann ziehe ich nämlich nichts an den anzug der schande an ja ich weiß dass der stream leckt irgendwie weiß wir wissen noch nicht woran es liegt ich suche die ganze zeit wo das problem ist das sind hier immer irgendwelche einbrüche im datendurchsatz vom netzwerk aber ob das an obs liegt an in die oder am netzwerk ich habe wirklich schon alles hin und her geklemmt und gemacht und getan und was schon auch was haben Huch, wer schmeißt denn hier seine Klamotten rum? Hä? Bin ich das? Jetzt ploppen sie wieder weg Ich wollte gerade sagen, ich habe die in meinen Dings reingezogen Das hatte ich letztens schon mal Dass dann plötzlich alles daneben lag Das habe ich aber eigentlich alles rübergezogen Wie sagt ihr nicht mehr so schön? Es ist halt Star Citizen Ja Reden wir nicht drüber Genau Oh, Hitten, du bist ein Vollnoob Nein Wer sagt das? Zeig mir den Ich wollte gerade sagen, der kriegt es auch mit uns zu tun Den machen wir fertig Ich steige in mein Schiff ein Schalte diesen Live-Support aus Und merke gar nicht, dass ich keinen Helm aufhabe Oh boy Aber es funktioniert, ich bin noch nicht tot Ich glaube, das spielt im Moment noch gar nicht eine Rolle Das mag vielleicht sein Ähm Ja Chaos an die Ja, der Router glaube ich nicht Weil alles andere funktioniert ja einwandfrei Ähm, da haben wir keine Probleme Ähm, da haben wir keine Probleme Das ist nur eben einfach beim Stream Und ja, ob da irgendein Windows-Update irgendwann mal, äh, vielleicht was, ähm, ja verstellt hat oder so Schallert hat Wir wissen es nicht, wie gesagt Ich bin noch auf der Suche Ich habe hier schon Netzwerktechnisch Soweit alles auch mal durchgetestet und gemacht und getan Bis jetzt habe ich da noch keine Lösung gefunden Das kann auch an NDI liegen, ähm, dass da irgendwie die Verbindung nicht stabil bleibt Dass er da immer, ja, so ein Sägezahn-Muster hier macht Wie gesagt, manchmal läuft es, äh, lange Zeit gut, ne? Ach nee, ich weiß nicht Ja, es macht replizierbare Fehler Ja Ich, ich werde mal demnächst nochmal die, äh, Netzwerkkartentreiber nochmal komplett neu installieren Also deinstallieren und nochmal neu installieren Und gucken wir mal Und alles platt machen und neu installieren Äh Und alles platt machen und neu installieren Äh, mal den Hamster im, äh, Keller schnell zu futtern geben Damit er wieder schneller rennt, ja Das wäre schön, wenn es so einfach wäre Und Legend ist da Oh, natürlich schön, dass du da bist Und Space Moonlight, hallöle Oh, Moonlight Ich komme immer auf alles Aber nicht da, wo ich hin möchte So, jetzt habe ich Sliderpilot Ja, mach doch in Ruhe So, Legend, sei gegrüßt aus 7.1 Wunderschönen guten Abend Und natürlich auch ein Spark Moonlight Oh, hier nochmal ein kleines Einer Showdown Oh, hier nochmal ein kleines Oh, hier nochmal ein kleines Der Pazifist ist da. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Der wollte mich doch irgendwie, ne? Huch, ich wollte keine Raketen jetzt hier aufschalten. Was ist denn der Hanger schon aufgegangen? Sieht so aus, ne, oder? Warte, warte, warte. Take off, complete. Ne, audio, complete. Ne, das flackert da oben irgendwie. Da ist noch nichts aufgegangen. Sieht zumindest nicht so aus. Gehen wir ein bisschen höher. Doch, jetzt geht auf. Jetzt sehen wir die Sterne. Aha, wenigstens den zweiten Automaten. Oh, eine Klapperei. Oh, das zittert aber da oben, ne? Guck dir das mal an. Lieber nicht. Willst du das sehen? Mach mal ganz kurz auf meine Szene. Damit man auch weiß, wovon ich rede. Oh, ja, lecker. Hm? Sieht schon lustig aus. Ne, die neuen Caves haben wir uns noch nicht angeguckt. Wir bleiben da erstmal, was die Punkt 3 auch betrifft. Ansonsten alles so ein bisschen in Warteschleife. Wir wollen uns im Moment mal so ein bisschen was aufheben. Na ja, also ein Bild hatte ich schon gesehen, aber, ähm... Mehr noch nicht ingame. Hälte ich mich da im Moment noch so ein bisschen fern. Wie gesagt, wenn die Punkt 3 raus ist, dann werden wir uns mal mit einigen Dingen mal wieder neu befassen. So, vielleicht sollte ich das Fahrwerk auch reinfahren. Hallo? Ist das so gewollt, dass du nur zwei Waffen hast? Ach, nee. Nee, äh, ich kann nur umschalten. So, da hab ich alle. Ja, 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 ja. Genau, ich hab, ich hab ja dieses kleine Drehrad hier rechts am, am Stick. Und, äh, wenn ich das drehe, dann hab ich entweder null alle oder die Bulldogs oder die Mentes und den Restortier-Bettino. Ja, 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 die sind schon in 324-2 drin, aber wie gesagt, wenn die 3 rauskommt, dann wollen wir uns mal einige neue Dinge mal angucken. So, da können also Millionen, ähm, Citizen-Bone, schreibt Easter Rabbit. Äh, was ist mit meinem Landing-Bett hier? Lass mich in Ruhe. Schon lange weg. So. Mit den neuen MFDs muss ich mich aber echt befassen. Ja, brauchst du im Moment eigentlich nicht machen. Nee, macht noch keinen Sinn. Persistent sind sie noch nicht, leider. Gut, mhm. Ja, aber sobald sie es sind, äh, find ich sie persönlich nicht schlecht, weil du halt zum Beispiel im, äh, äh, SCM oder auch im, 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 im Nav-Mode kannst du für jeden Sub-Mode die MFDs separat neu anordnen, wie du sie haben willst. Ah, okay. Danke. Was hab ich denn jetzt hier? Jetzt hab ich alles nur Sachen? Also ich hab keinen, keinen, keinen Auftrag, den ich im Moment jetzt irgendwie so annehmen könnte. Warte, ich schau mal. Sollte ich hier eigentlich eine ganz gute Reputation haben. Äh, Bounty Hunting. So, jetzt geht mir mal. ERT hätte ich. Äh, Calliope, ähm, das ist hier ein Mond von Microtech. Ja. AT, ERT. Ja, für 25K eine ERT. Ja, Harley, äh, Roperburn. Ja, Roperburn, genau. Die hab ich angenommen, die würde ich jetzt sharen, wenn ihr dabei seid. Okay. Mhm. Jawohl, vielen Dank. Ja. So, äh, Contra. Call to Arms on track, bitte. Und die Träger. Oh. Hm. Die Träger ist jetzt auf. Ah, das ist schon eher so komische. Eine Fulda-Pace. Kein Mist. Aber was lustig? Bitte? Komischer Quentensprung fand ich. Achso, achso. Aber was lustig ist, ich hab von Enigma einen Marker, ich hab von Hidden Marker, nur von dir nicht. Ja, äh, ich glaube, die gehen, also ich hab das gerade eben auch gehabt von euch allen, wenn du eine gewisse Entfernung hast, gehen die erst, äh, werden die erst sichtbar, die Namen. Okay, gut, das kann auch sein. Oh, Dirk, nach dem Quantum nicht stehen bleiben. Ja, ich bin ein bisschen eben nach rechts schon weg. Ähm, Tina, das hat mich gerade gerettet, weil sonst, ja, ich konnte nicht rein. Oh je. Äh, Bettina, machst du mal einmal Probeschuss, ob du auch schießen kannst? Ja, gut. Geht. Ich hab ihn schon anvisiert. 12 Klicks. Hier auf S7. 19? Okay. Ich weiß das richtig sehr. Aber man sieht ja die Namen nicht mehr, ne? Nee, ich sehe nämlich auch nichts, wollte nur nichts sagen. Ich denke, vielleicht sehe ich es wieder noch nicht. Okay, das ist eine... Oh, ich bin rechts von euch. Wir sind rechts von euch. Ja. Oh, da steht ja schon Faction. Ja, aber der Name steht nicht mehr dran. Wie wir gerade festgestellt haben. Oh, der ist ja näher als ich dachte. Ich bin an der Carrack dran. Ja, ich auch. Ja, wir auch. Ja. Okay, ich hab ein Problem. Ja, dann wird es nicht gut. Ja, ich muss raus. Bisschen mehr Energie auf die Waffen gepackt. Ja. Oh, ich hab... Mir hat es die ganze rechte Seite weggelassen gerade. Oh nein! Oh, Vorsicht, da kommt was. Ja. Ich hab wenigstens mal versuchen, ob ich noch meine Torpedos absetzen kann. Ich hab nicht verargetet. Bisschen mehr Rot ist aber schon. Jetzt muss ich kurz lösen. Weiter dran. Hier. Oh je. Ich finde es ja, wie man sich denn raus von euch. Ohohohoho, wenn man den Höhenmesser nicht... Der Höhenmesser, der Höhenmesser. Ist doch nicht schlimm. Die Karak hat überlebt, Juhu. Karak is down. Ich geh mit auf die Hammerhead. Ja, warte, ich versuch... Weißt du, Sirius, sei gegrüßt aus Seven. Und, ja... Mit Tina und mich jeweils ein... Plus... Ja, einmal gestärbselt. Oh... Ja, die Hammerhead... Okay, ich muss mich lösen. Genau, hier, Mr. Easter Rabbit hat's geschrieben. Sicht war gleich null. Ja, vollkommen klar. Das kommt davon, wenn man auf den Höhenmesser nicht achtet. Und ich hab eben noch gedacht, da müsstest du mal drauf gucken. Ach Gott. Und dann gedacht, ach, die ist doch da irgendwo. Und dann, ja... Normalerweise mach ich das auch mal auf den Boden knallen oder irgendwelche... Huch! Hä, wo ist du denn? Wahrscheinlich nicht. Normalerweise knall ich immer auf den Boden. Oder ne, rasiere irgendwelche Berge. Alles gut. Ja, Pazifist vertrau mir. Ja. Das wär mein Ingenieur, ne? So, die letzte Bewaffnung von mir geht raus noch auf die Hammerhead. Dann, äh... Muss ich entweder RTB oder ich platze. Ja, mach RTB. Okay. Ich geh gleich mit meinem Rattlers bei. Der Hammerhead. Jo. Oh ja. Der Bäume, das auch mal ganz gern genommen. Ja, Bäume ist auch schön. Ach, läufst du schon zum Hangar, oder? Ja, 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 ja. Ich mach das gleich alles im Hangar. Na gut, dann machen wir's schon. Ich ruf da gleich die nächste dann. Und flitzen wir im Hemdchen rum. Genau. Die rechte Seite mit der Gatling und dem halben Flügel weggerissen. Ah, wie gemein. Ärgerlich. Ja, out of rocket. Ja, ein SCU-Container. Da hat man schon ein bisschen was zu schaffen, ne? Oh, Felix. Oh, Felix. Ne, ich muss mich kurz lösen. Laut Gobra, Hallöchen. Du bist alleine. Okay, okay, okay. Laut Gobra, sei gegrüßt. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Jetzt sitze ich mit einem kurzen Marker. Oh, ey. Immer gesterbselt. Gut, dass ich noch eine zweite Hornet hier zur Verfügung habe. Ach, hast du? Ja, ja. Warum? Ich lasse die andere ja schon mal wieder claimen, ne? Ja, sowieso. Hm. Nur so als Tipp. Ja. So nicht, dass ich deinen Flugkünsten nicht vertraue, ne? Ja. Aber ich vertraue deinen Flugkünsten nicht. Wow. Das mitziehen, Dirk, was du da auf hast, ist auch gut. Ich glaube, ich habe so ein Ding auch auf. Jawohl. Wunderbar. Ja. Yeah, my head is down. Na. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Anageli. Zumindest bist du der Einzige dort. Ja. Jetzt knopf ich mir nochmal die A2 vor. Ja. Ich bin gespannt, was diese Reparatur kostet. Das wird ein Vermögen. Ja, kann es von ausgehen. Lass es uns mal wissen. 4.600. 4.600. 7.000. Och. Geht eigentlich. Och. Wird ich auf dem Klärgerät. 7k. Och. Na, ich meine, ist trotzdem viel, aber das ist ja okay. Naja, dafür, dass die gesamte Gatling fehlt. Puh. Richtig. Ich dachte, das kostet die Gatling schon. So. A2 ist auch down. Nice. Super. Herzen du gut. My protect. You did it. Oh, RTB. Äh, der Auftrag ist fertig noch. Jaja. Okay. Wie? Ich sehe gerade. Browser, ich sehe nichts. Aber du anscheinend auch nicht. Fahr doch einfach mal kurz in Main. Wollen wir es riskieren? Ne, wieder. Ne, ich glaube, das... Ich glaube, das wird nichts, ne? Da liegen wir dann in der Station. So, morgen wird wahrscheinlich auf unserem YouTube-Kanal irgendwann gegen, ja, späten Nachmittag wahrscheinlich erst, ähm, bei dir das gleiche Super-Sign. Ähm, werden wir wieder this week in Star Citizen entsprechend, äh, bereitstellen. Ja, das ist immer einfach den nächsten Fahrstuhl. Ja. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Oh, danke für eure Empfehlung. Mit den Wirbelsticks kamen nur nach nur fünf Tagen Lieferzeit. Oh, das ist cool. Das ist sehr schnell. Ja, ich habe, glaube ich, vier Wochen gewartet oder so. Und das ging auch noch. Da gab es Leute, die haben Monate gewartet. Oh Gott, wie er schwebt. Ja. Oh Gott, wie dann hast du... Aha. Aha. Ah, 3000 Reparatur. Oh mein Gott, ich kann tanken, restocken und alles gleich. Ja, Engel. Alter. Ja, manchmal funktioniert es tatsächlich. Schwer begeistert. Das ist so ungewohnt. Da hast du noch Anzüge der Schande, oder? Ja. Wie viele wollen sie haben? Ja. Ja, das ist übrigens auch so eine Angewohnheit von manchen Leuten, die lassen die vor den Item-Terminals einfach liegen. Ja. Ich pack die immer ein. Ich auch. Deswegen, ich habe 38 Stück und 46 Helme. Ja. Also, ich bin da auch sehr stumpf, muss ich ehrlich sagen. Ich nehme alles mit. Ja. Besser haben als Frau Hock. Ja, genau. Weil, wenn ich in so einem weißen Undersfield of Shame mit einem weißen Helm unterwegs bin und platze, dann brauche ich mir keinen kaufen. Genau. Genau so sieht es nämlich aus. Das sehe ich mich auch nicht ein. Da steht ein nackter Mann neben mir. Weil dann durch die rein, nackig ins Cockpit setzen ist nicht mehr so zielführend, glaube ich. Nee. Aber du brauchst dir doch keinen Undersfield of Shame kaufen. Ja gut, wenn du halt einen neuen kriegst, ja. Aber eben hatten wir keinen gekriegt zum Beispiel. Hä? Echt? Ja. Wow. Mal gucken, wer da ist. Ja. Schön gesehen. Weil du nicht in A Mystic Zone gestorben bist. Kann das sein. Oder ist es im Krankenhaus im Winter? Ist möglich. Ja gut, da hab ich natürlich jetzt auch nicht reingedruckt. Gibt's ja nicht mehr. Das kann sein. Gibt's nicht mehr, ja. Ach, das gibt's nicht mehr? Nein. Okay, okay. Ja, wahrscheinlich werden die da mit reingeschmissen. Wir haben so viele. So, erstmal, Mr. Easter Rabbit, der kann natürlich einen XL Hangar. Alleine die Heizkosten. Ach. Da muss er ganz viel arbeiten. Heizkosten. So ein Quatsch. Geben wir einmal mit den Triebwerken von der Polaris Gas. Dann ist da, ne, ein 30 Grad plus drin. Boah, wenn die da steht. Da freue ich mich aber auch schon drauf. So. Dann haben wir die Anmaskratze gleich, weil das Pondom Bonnet rausziehen zu bezahlen. Genau. Genau. Alleine die Triebwerke anlassen sind halt schon 10k. Ja. Wahrscheinlich. Genau. Ge Polaris. Ge Polaris. Alle mit der Polaris. Also einige haben schon geschrieben, wir werden dann wahrscheinlich ein kleines Treffen veranstalten. Mit Polaris. Okay. Alter. Leiterpilot, ne. Ist... Ist... So, jetzt haben wir es. Oh, ist das ein neuer Bug? Ich bin mir froh. Ich bin nicht ein Fan von diesen, ähm, Kreis... äh, Menü... Aerospace. All systems. Online. Mich funkt... Mich funkt permanent der ATC an? Ja, ja. Ja, ja. Ja, aber ich sehe es ja auch halt in meinem MFD, dass der dann... ja, ja. Bei mir war es sogar so, das hat er noch gemacht, obwohl ich aus dem Schiff schon raus war. Ähm, halten wir noch mal. Re-Log. Re-Log. Ja, mein... B heißt meine Kanäle. Ja. Ich halte die mir Nacken frei. Und da schlägt mir welche Nacken. Oh, da schlägt der welche Nacken, je nachdem, ne? Oh, traurige Sache. Hast du dich denn heute schön gefreut, dass ich dir die Tür da geöffnet habe, als du da im... hochwichtigen Gespräch warst? Ich sehe es grinsen bis hierher. In die Kahn. Ja. Gucke mal. Ja. Oh, schön. Purple Rain, Purple Rain. Ja, sehr sehr schön bunt. Wer ist denn da gerade an uns vorbei? Es ist auch schade, dass es keine unterschiedlich farbenen Laser gibt. Also die NDBs sind die einzigen, die nicht rot sind. Ja, obwohl das... das wäre auch nochmal eine Idee, ne? Dann könnte man ja schon anhand der Farbe erkennen, was jemand hat. Das geht doch gar nicht. Auch wieder warm. Ja, aber es ist... also markentechnisch... Wär's schon geil. Wär's schon geil. Ja, also gerade auch bei, bei, ähm... Bei den, na gut, generell ja, Repeatern oder Laser Cannons. Ne, je nach Hersteller, dass die sagen, okay, wir nehmen blau, ihr nehmt gelb oder so, oder grün. That was feeling incoming. Ja, ja, doch, ja, eben. Ob man da Yogi vielleicht mal so ein Floh ins Ohr setzen kann? Und gut. Und gut. Und gut. Der hört dir bestimmt zu. Ich glaub auch. Ich glaub auch. Ja, trinken nicht vergessen weiter. Genau. Prost. Richtig und wichtig. Habe ich die Kamera schon ausgestellt? Aber wieso? Oh, so ne Gersten-Kaltschorle. Den kann man ja auch mal vor der Kamera trinken. Ja, ich... Nee. Nee. Ist ja nicht, ist ja nicht so, dass du dich komplett wegballerst. Nee. Wer sagt das? Nee. Wow. Für jeden Sub trinke ich einen Korn. Nee, nee. Ach nee, lass mal. Nee. Ja, aber das geht ja bei den beiden nicht, leider. Richtig. Tartoffel-Mikro. Äh, Felix. Wasch mal deine Boxen. Du hattest doch heute ein Gespräch, bevor du auf den langen Gang gehen wolltest. Und der andere Herr im feinen Anzug wollte dann Richtung Haus 4 weg. Da hatte ich dann schon die Türen geöffnet. Klick. Hochwichtig in Anführungsstrichen. Also... Das stimmt. Ja. Tim, da hast du recht. Ja. 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 Und das ist auch immer sehr angenehm, finde ich. So sehe ich das auch. Nächstes auch mein Lächeln im Gesicht. Das kriege ich hier. Das kriege ich hier. Das fällt mir gerade auf. Wenn man hier unterschiedlich nur Waffengruppen einsortiert, ne? Also in der Regel hat man ja alle Waffen gleichzeitig. Dann kannst du ja Gruppe 1, 2, 3, 4 dies das. Dass die Recharge Power, wenn du eine einzelne Waffengruppe hast, sich auch nur auf diese Waffengruppe konzentriert dann. Ja, das ist halt nicht so, weil alle Waffen bereit sind. Ja. Du könntest ja jederzeit umschalten und dann müssen die geladen sein. Ja gut, aber dann können sie ja im Hintergrund weiter laden. also mit Minimalkraft oder sowas. Ja. How to mach es noch komplizierter. Ja wieso? Also wenn du umschaltest von SCM nach Modus, laden sie ja auch im Prinzip mit Minimal. Äh. Auß auch macht sie aus. Ja, dann passiert gar nichts. Dann wir jetzt mal dasoggert umschalten,иниliort Ja. So, ich hab eine ERT. Wenn ihr ja bereit seid. Ja. Jawoll. Das muss ich die ja wieder alleine machen. Ja. Heheос Danke. Lööp, lööp. Share geht raus. Wohl, vielen Dank. found in den Sauf chill. Okay. Was jetzt richtig schön ist, ich hab den Marker nicht mehr. Ja, ich hab auch keinen Marker. Wäre ich auch nicht. Wäre ich auch nicht. Tue mal mal gucken, ob ich mit Tracker untrack... Auch nix. Mach ich auch gerade. Das ist auch nochmal ne Idee. Ah. Ja. Hm. So laden Sie ein. Microtech Absturzstelle. Wo auch immer die ist. Gibt hier nur eine. Ja. Weißt du, wo sie ist? Ich nicht. Ich flieg mal erstmal runter zum Microtech. Vielleicht erscheint er dann, aber der müsste Bär und Dirk müssen den haben. Ja. So weit weg sind wir ja nicht. Ja gut, aber wir kommen dann ja in den Bereich neu rein. Vielleicht ja. Aber nein, ich hab ihn nicht. Ach man. Oh boy. Ich versuch mal was. Flieg mal weg. Vielleicht kommt er bei größerer Entfernung wieder. Hm. Was man so alles ausprobiert mittlerweile, ne? Ja. Das sind halt die bekannten Workarounds, ne? Richtig. Die bisher eigentlich immer funktioniert haben. Richtig. Mehr oder weniger. Unglück bin ich nicht euer ERT. Ja, ich hab grad gelesen. Ich guck ja auch schon rum, aber... Nö. Also ich hab nichts. Nö. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Eins. Warte mal, ich tracke mal... Contract. Ich tracke mal die Call to Arms. Nö. Und jetzt noch mal die Ecke rein. Nö. Nur Mensch. Nö. 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 Was haben wir denn sonst noch an... MRT. Absturzstelle Calliope ART 35 Sorgenvollfrei Sorgenvollfrei Femme Meine Güte, da breche ich mir jedes Mal die Zunge Schön, dass du da bist Moin Wir hoffen, du hast Feierabend Und lieben Gruß an die Family Ich hätte eine Pro Temp Suspect Apprention Ah, das ist PvP Genau Aber nix dabei Ich hätte noch eine HRT Auf Bei einer Höhle Aber es ist Ship to Ship, also Air Combat Ja Ich versuche mal die Ob ich da jetzt einen Marker habe Ich hätte noch eine bei Ghost Hollow Aber das ist ja halt Mhm Genau FPS Ja Okay, ist hier ganz in der Nähe von Von New Barrage 187 Kilometer von hier Juhu Krieg da mal hin Ähm Share geht raus Ähm Jetzt Jawohl, vielen Dank Und es ist ein Raffle gestartet Ihr Lieben Ausrufezeichen Join Und hinein Contra Ich finde es übrigens sehr gut Dass sie die Höhe In der die Atmosphärische Bremse quasi Wirkt Sehr stark reduziert haben Man kann relativ In relativ niedrigen Höhen Noch sehr schnell fliegen Ich komme im Nassmodus gerade mal nur auf 450 Meter pro Sekunde Ja Ja 435 Kilometern Das finde ich schon ein bisschen sehr dünner Hast du ein Speed Limiter vielleicht an? Nein Oh, ich aber Muss einmal Also nochmal kurz schnell rumschieben Dort Draußen noch was Draußen an 140 Also auf 11 Klicks kann ich annähernd Höchstgeschwindigkeit fliegen Höhe 11 Klicks bin ich fast bei Maximalgeschwindigkeit Ach, dieser ATC, ne? Ja, ich sollte auch mal meine Triebwerke auf Max setzen Dann klappt es vielleicht auch mit der Maximalgeschwindigkeit Dann klappt es vielleicht auch mit der Maximalgeschwindigkeit Hier, ich habe noch 60 Klicks 53 53 53 53 Das wird gut Hast du einen Marker, Dirk? Ja, du musst umschalten Mitverfolgen Ja, habe ich Was habe ich gemacht? G30 klickt sich weiter an, gehe auf SCM 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 Also ich hab dahinter was, vielleicht ist das ja auch das Ziel, Mama. So, wir sind bei euch. So, Anna, ich... Es sind zwei, hey, man hat nur kurz gefragt, hat jemand Ahnung, was ich machen kann? Nur die ganze Zeit in 3.500 Euro. So, du kannst das Game nicht installieren. Beim Installieren... Äh... Windows 11. Ich mach von aus. Du installierst es auch auf der C-Festplatte. Zur SSD. Okay, langsam rein, innen. Ja. GMSCM mit 208. Jo. 22 Klicks. Ich bin auf dein A5. Copy. Okay. Okay. Jetzt an. Ab Main-Target. Feuer frei. Ich bin noch nicht dran, ich hab noch 17. Ich bin noch nicht dran. Ich bin noch nicht dran. Ich bin noch 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 dran. torpedor das sagt so aus als ob den einfach nur abgeworfen hast ja der braucht eine weile bis auf was fliegen wir denn da an hier den lehmann fassler main target ok weil ich sieht so aus wenn er da irgendwie unter dem boden liegt oder ist das im schiff ganz komisch aus weil ich habe jetzt endlich auch ein target ist eine kursa ja ist eine kursa ja jetzt steigt sie glaube ich ans meere da ist noch eine caterpillade nämlich ja auch die kursa ganz gut ein hinter der schilder dauer ich habe mich einfach gerammt auch neun was die katerpiller ach so hat auch gott ja ist meine main kann das wieder weg und nein ich nehme euch mal die weil die fliegen ja auch alle irgendwie so ein bisschen main target die kreiber die ist ein bisschen gesinkt ja ganz komisch nach unten durchgetaucht gegen alle so ein bisschen so was ich nicht unstrukturiert denn das mal so die kai ist gerade nicht so da schlagen irgendwie raketen am boden ein ja die sind nicht gelockt gewesen bei mir die sind einfach so aus ich glaube die kommen jetzt kommen hinter uns her sieht so aus genau der reclaimer damit mit den raketen ja gehen wir auch noch mal drauf jawohl wo gehen wir drauf reclaimer reclaimer ja habe ich ein bisschen hier ja die lümmeln da unten am boden irgendwie rum sehr merkwürdig auch mal schon schön rot so dann haben wir noch die im moment ist das war den ja angeschlagen aber die hat noch überlebt liegt aber am boden ja ich gehe mal ein bisschen auf tuchfühlung hallo ja jetzt 206 muss der aktuelle sein ok also den neuen launchers aus komisch muss aber auch erst mal so ein bisschen kucke jetzt habe ich den marker von dem dem wir davor angenommen haben ok dann könnt ihr schon mal vorfühlen dann klicke ich kurz zurück zur basis und bin dann gleich bei euch ja 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 so verstanden ganz kurz auf geschwindigkeit ja die reclaimer kam out of nowhere einfach in mich reingeflogen ja also die habe ich noch nicht mal gesehen die hat mich von unten quasi auf den buckel genommen so einer schreibt hier dass er den alten launcher genommen hat und damit war das problem wohl behoben das gleiche problem ist wohl auch mit dem gleichen alten launcher hast du jetzt auch ein margadeck kann ich dir gleich sagen ich habe nämlich jetzt ein und rechts ich springe über harpers point ist das Ja, ja, ja. Achso, alles klar. Okay. Von Harpers Point sind es noch... Äh... Discord haben wir hier zur Verfügung. Einfach aus Rufzeichen Discord eingeben, dann kriegst du den Link hierher. Bitte aber dann in den allgemeinen Bereich gehen, da können die anderen sich das gerne angucken. Also allgemein gibt es einen Sprachkanal. 250 Kilometer von Harpers Point aus. Oh, da kommen wir mal. Genau. Ja, ja. Also... ... 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 Ja, also Zeit und Lust hat, bitte mal in den Discord hin und da, allgemein. Warum sagt mir das keiner, dass ich heute irgendwie komisch klinge? So komisch fand ich das gar nicht. Irgendwie ein bisschen dumpfer. Oh, Havas Point sind wir? Hier springt deine Position an. Jo. Oh Gott. So, jetzt sollte vielleicht ein bisschen besser klingen. Ja, viel besser. Falsches Mikrofon ausgewählt? Ja. Das, was auf dem anderen Tisch steht. Nee, ja, nee. Ich habe doch meine 10920 an den Gaming-PC angeschlossen für Face over IP. Ja. Und das hat ja auch so ein eingebautes Mikro. Ja, deswegen. Und da hat sich Discord gedacht. Na, Mensch. Dosen-Telefon. Oh, wie schön. Nettes Mikrofon, das nehme ich. Ich bin gerade durch den Planeten gesprungen und tot. Oh, Mensch. So, ich bin mal ganz kurz oben in allgemein, weil er irgendwie hat wohl anscheinend hier keine Zeit. Ähm, ich muss aber das Dings Discord erst mal muten. Ja, 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 die Zeit nehme ich mir jetzt einfach. Also, du bist auch ingame jetzt nicht zu hören. Genau. Warte. Äh, ja, ansonsten versuchen... Ja, ja, man hört mich, äh, in Game- äh. Ja, ja, das war ja Primk respektrum... Ich kann nicht mehr differencechas, wenn, wenn ich... Ja, ja, haltbar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ja, super. Mist. Ich wollte gerade sagen, Dirk gibt Gummi. Das ist immer flott jetzt mittlerweile, die Züge. Sonst hat er immer 30 Sekunden. Ist ja auch nicht schlimm, aber wenn sie dann käme. Das ist auch cool. Da ist er. Ja, wenn der Timer so 5 Sekunden abgelaufen ist, dann macht es plopp und sie ist einfach da. Genau so. So, Anarchie und vielleicht noch den Launcher, wenn du den extra deinen Einzelnen startest, vielleicht im Admin-Modus starten. Ich kann nicht aus dem Bett aufstehen. Oh nein. Das hatte ich letztens auch. Einmal Escape drücken und wieder rein. Und der ATC funkt mich nach wie vor an. Oh no. Das ist geil. Das hatte ich für ihn auch die ganze Zeit. Dann hatte ich ins MFD geschaltet, habe es dann weggeschaltet. Das war echt nett. Ich gehe nochmal zurück so ins Menü. Ja. Join Leader. Da hoffe ich, dass sie die KI dann auch mal so langsam bearbeiten, dass das mit dem Kollisionskurs mal vorbei ist. Das ist doch schon längst vorbei. Die haben es auch schon überarbeitet und optimiert. Ja, aber das Backend hier von dem Server hat auch ein bisschen Issues gerade. Ach, die Silja ist wieder da. Ach, die Silja ist wieder da. Hallo Silja. Oh, was gibt's denn leckeres? Mach uns neidisch. Brigadell. Könnte sein. Oder Blätterteig. Wie ich mein Kind kenne, Blätterteig. Ja, aber ich dachte keiner. Holenhydrate. Okay. Blitzepommes. Wraps und Würstchen. Siebenblätterteig. Sag ich doch. Mein Kind. Oh, bin wieder da? Wibi. Juhu. Ich stelle fest, wir brauchen also immer zwei. F7. Könnte mal noch mal jemand bei Gelegenheit die Mission scheren? Mach ich. So, einmal geteilt. Aber hier kam nichts an. Kam nichts an? Warte mal. Such nochmal. 1, 2, 1, 2, 1, whoop. Nope. Ich kann sie nicht annehmen. Oh. Wer hatte sie denn, äh, gestört? Ich hatte sie gestört. Kann ich nochmal probieren. Moment. Ich wollte gerade sagen, vielleicht, dass sie nicht mal nochmal probiert. Jo. Nee, bei mir ist sie auch weg. Nee, bei mir ist sie da, aber anscheinend. Ich kann es ja auch gleich nochmal probieren. Hast du Sitte noch? Also ich habe, wie gesagt, ich habe so Lust, ja, aber so. Ja, eliminieren sie dürfen du mal. Den doofen, doofen du mal. Geil. So, Aufträge. Zack. Heilen. Heile nochmal. Nein, mir kommt nichts an. Okay. Ich glaube, das Backend ist ziemlich kaputt, weil ich habe auch jetzt gerade auf dem Weg hier zum Hangar und so weiter diverse Issues gehabt. Ich muss für die Conny 120.000 an Repair-Zahlen? Oh. War ein Schnapper, oder nicht? Aber warum? Die ist vollkommen heile. Ich kann die auch nicht anmachen. Na, 30k incoming? Nee, Schiff geht auf. Fäll. Warum muss ich für die so... Okay, dann mache ich das anders. Nee, entfernen. Ekennt mancht. Entscht. Die Leute? Heute? Die Technik. Da Nej! Das war St�. Taier Oxford 5. Die Okarung. Da früh. Und jetzt komplett buggiert. Was ist denn hier der Knopf für 7 Stunden? Ich habe öfter mal meine Problemchen mit. Hast du denn noch einen Marker? Ich sehe nämlich keinen Marker mehr auf dem Planeten. Oder ist es wieder der Fall, dass dadurch, dass ich gestorben bin... Ben Impact ist nun Sternenbürger. Herzlich willkommen. Und da ist er doch noch, der Ben Impact. Danke für den Follow. Schön, dass du dabei bist. Willkommen an Bord. Ben Impact, vielen, vielen Dank für deinen Follow hier bei uns auf dem Kanal. Herzlich willkommen. Eigentlich war er ja müde. Ist ja doch noch da. Sehr schön. Ach, alles gut. Wir machen das hier eh nur aus Spaß an der Freude. Alles gut. Wir sind kein Affiliate. Wir wollen auch keine Spenden oder sowas haben. Wir haben einfach Spaß daran, hier so ein bisschen Star Citizen zu zeigen. Mit der Community zu kommunizieren. So, wie war dein Stream? 30.000er gehabt oder alles stabil? Wir quälen uns hier so ein bisschen durch die netten Bounties, wo uns leider die Missionsziele ab und an hier hinkommen. So. Wir gucken. Oh nee, da ist auch nichts mit. Hier gleich spreng ich die Basis. Also die Raumstation. Da rein. Okay. Ja. Alles top. Na wunderbar. Das lässt doch hoffen, weil die letzte Zeit war es ja doch ein bisschen, ja, recht häufig die 30.000er. Und wenn es jetzt wieder läuft, ja. Schön. Wie gesagt, waren wir hoffen, dass die Punkt 3 entsprechend auch stabil läuft. Das wird, ich nehme mal, das wird. Wird alles besser, genau. Ja, natürlich. Mit der 3 wird alles gut. Dann wird alles super. Dann kommen irgendwann die 4 Punkte. Dann wird alles, da springen wir nur noch die, die, die Sprungtore hin und her und hin. Keine Probleme wird es geben. Nein, überhaupt keine. Ich glaube auch. Ach, das ist auch ein bisschen süß. Ja, okay, man kann hier das Buggy. Ja. Ach, Mining habt ihr gemacht. Ja, das wollen wir demnächst auch mal machen mit dem Tenne. Wollen wir mal gucken, dass wir uns da einen schönen Zeitpunkt raussuchen. Wenn wir mal wieder auf Suche gehen. Weil Charme, glaube ich, die letzte Zeit oft genug gemacht. Ja, das, äh, auch das, äh, Steine-Mining und, äh, Asteroiden-Mining und Rock-Mining und so weiter ist ziemlich untergegangen in den letzten Monaten. Ja. 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 Aber es soll wohl super funktionieren. Angeblich, habe ich auch gehört, ja. Das sagt hier Tenne, der ist ja unser Spezialist dafür und der sagt auch, dass Rock-Mining, das war ja eine Zeit lang wirklich sowas von verpackt. Ja. Und, aber das soll wohl wirklich momentan sehr, sehr glatt gehen. Ja, gleich mal ausnutzen, solange es funktioniert. Richtig. Oh, jetzt kommt eine Mining-Frage. Oh Gott. Hoffentlich ist Tenne noch da. Tenne, lass uns nicht alleine. Hau raus. Jetzt. Moons. Moons. Nee, ist nicht mehr da. Voll. Lässt er uns alleine. Silja, was soll das denn? Blasphemy! Ich glaube auch. Achso, ob du die Mining-Säcke tauschen kannst. Nee, also soweit ich weiß nicht. Nee. Nein. Genau. Da hat sich dann also noch nichts geändert. Benebek, vielen, vielen Dank. Und wenn du sie auf den Cargo-Elevator stellst, dann droppen sie durch. Und du hast nur noch die Rundfläche. Das ist aber auch schade, ne? Weil da hat die mich auch drauf gebräut. Ja. Ah, das wird glaube ich auch noch ein bisschen dauern. Oh, ich hab einen Marker. Ja, nicht an. Oder zwei. Ich hab einen Marker. Marker. Glücklicher ich nicht. Wupp. 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 Jetzt bring ich nochmal Harpers Point an. Doch, ich hab jetzt auch eins. Na siehste. Ich hab jetzt auch einen. Ich hatte mich entfolgt wieder. Du musst nur ein bisschen Geduld haben. Bitte? Du musst nur Geduld haben. Ja. Manchmal aber sehr schwierig. Oh. Oh. Klinge. Klingele. Play Diary ist nun Sternenbuca. Herzlich willkommen. Hallo Play Diary. Danke für den Follow. Schön, dass du dabei bist. Willkommen an Bord. Herzlich willkommen. Und bei Fragen einfach... Fragen. Innoho. So, und denk dran! 13.12. Ist was Bettina? Ist die Ladies Night. Gott, jetzt hast du mich auch gerade gehabt. Genau, da gibt es wieder eine neue Ladies Night. Freitag den 13. wurde schon gemeckert, dass das ja eigentlich... Aber das ist doch ein gutes Zeichen. Habe ich auch gesagt. Es ist wie immer Chaos, Gesundheit. Es ist sowieso immer Chaos und da habe ich gesagt, das passt wirklich wie Faust aufs Auge. Das ziehen wir jetzt durch. Die wird um 19 Uhr starten. Wir werden wieder einen Shuttle-Service einrichten für die Damen. Und dann werden wir mit der 890 Jump hoffentlich durch die... durch das Wurst shippern und das ein bisschen erkunden und unsicher machen. Und ich lese gerade, Till ist an einem Freitag den 13. geboren. Dann kann es ja nur gut sein. Genau, Silja. Gibt es denn schon Interessen und Anmeldungen dafür? Habt ihr da schon ein paar Namen, die vielleicht mitbekommen? Ist jetzt noch nicht... Was meinst du, die Damen oder die Herren? Ja, die Damen. Die Damen. Ich habe tatsächlich noch nichts... Genau, Silja ist dabei. Dankeschön. Das reicht. Okay. Ich habe noch gar nicht angefangen, die Damen anzuschreiben. Wir haben jetzt nächste Woche Urlaub und dann werde ich mich da mal ran machen. Ah ja, okay. Dann gehen die persönlichen... Weil ich habe gedacht, ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Weil wenn du es zu früh machst, dann geht das mich auch wieder unter. Ja, das stimmt. Ne, 13.12. ist ja noch ein bisschen. Da habe ich mir gedacht, so vier, vier, fünf Wochen Vorlaufzeit. Ich denke mir, das ist okay. Ne, da werde ich mich dann ran machen. Dann gucken wir mal, wer kommt. Der Windschatten. Guten Abend. Hallo. Marcel vom CEO. Dein Gegrüß. Wollte ich kurz sagen, Chefe. Genau. Was macht Forster und sein Trupp? Wir machen nämlich heute auch nicht allzu lange im Morgen um kurz nach vier, der Wecker klingelt. Andere dürfen ja noch etwas eher aufstehen. Was kann ich sagen? Wenn bei uns auf dem Discord ist, kann ich gerne auch dann mal frühmorgens guten Morgen sagen bei Interesse und Kaffeetassen verteilen. Die Uhrzeit, da schlafe ich doch. Ja, die testen auch, was geht. Ja, sind sie im PTU oder im PU? Also wir sind im ganz normalen PU, weil PTU auch so die neuen Höhlen, wir wollen uns das im Moment so ein bisschen aufheben. Wir haben demnächst auch ein bisschen frei. Ah, auch im PU. Und da wollen wir uns dann mit den Höhlen und das dann danach mal beschäftigen. Genau. Der nächste Stream wird auch, wenn ich es, korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle, Mittwoch sein, ne? Ja. 19 Uhr. Genau. Dann können wir nämlich auch, genau, dann können wir nämlich auch ein bisschen länger machen, weil am nächsten Tag haben wir Fragen. Da ist ja dann Halloween. Genau. Die Kinder bei uns in der Umgebung, die zählen schon die Nächte, die Tage, wann sie endlich wieder ans Gruselhaus können. Nein, das ist nicht wegen meinem Gesicht. Nein. Und Zielstatus. Zack, zack. Was ich mir ein bisschen nervig finde, dass man da so hinfliegen muss, ne? Ja. Ja, ich kann euch auch nicht ansprengen, wenn man da immer so bis auf 90 Prozent alkoholiert und dann weg. Ah, jetzt. Genau, ich wollte gerade sagen, ich nehme mal jetzt Speed raus. Pazifist, ich wusste genau, dass das von dir kam, wenn es von dir kommen muss. Worauf jetzt, ich habe jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren. Wegen dem Gesicht. Ach, ach, na. Also, Pazifist. Wow. Oh. Ein Rappel ist gestartet. Ihr Lieben. Ich bin jetzt bei euch. Jawohl. Sehr schön. Alle Follower. Einfach Ausrufezeichen joinen. Sammeln ein paar Sterntaler, wie gesagt, zur IAE, auch wenn wir da nicht so streamen, wie eigentlich geplant. weil die eine Woche später stattfindet. Warum auch immer. Äh, ja. Da werden wir dann eine Woche lang durchsleben und die zweite Woche werden wir so ein bisschen wohl jeden zweiten Tag sein. Ach, das ist so. Und da ist der Tennis schon wieder. Der Tennis ist doch noch da, siehst du. Von wegen, der ist nicht mehr da. Von wegen, Norwegen. Aber das konnten wir ausnahmsweise mal selber beantworten. Genau. Wir haben eine Mining-Frage beantwortet. Hä, nee, du kannst stolz auf dich sein. Sogar richtig. So, jetzt in SCM. 20 Klicks. Niemand denkt auch jetzt dran, sich zu beinen. Das ist schon die halbe Miete. Oh. Hä? Warte. Ja, auf SCM. Bin auf ein Kilometer hinter euch. Oh, die 890 ist nicht da. Der gibt immer Steilvorlagen, ne? Was denn da schick ist. Die ist gerade geplatzt. Ja. Haben wir noch was. Dann auf die Conny. Die Conny, genau. Die habe ich auch gerade im Visier. Conny, ja. Check. Noch 13,5 Klicks. Aber Ziel zum Töten haben wir rechts daneben oder ist das die geplatzt, ne? Nee, das ist unser Main-Target. Ziel zum Töten. Ach, das ist ne, was ist das? 890? 990, ja. Ah. Okay. Ich bin gleich bei euch. Brauche noch ein paar Minuten. Kein Problem. Solange der Boden weit genug vermeiden. Ja. Die ging schon wieder auf Kollisionskurs. Du kleiner, fieser Map. Ex-Piesel. Vordere, hintere Schilde von der Conny sind weg. Der Pazifist hat 50 Stern-Taler gewonnen, als sie das war. Und die 890 kommt hier auch gerade so recht nah dran. Na, oh ja. Hast du gerade nämlich mal kleine Schleife. Ja, alles gut. Ich habe mich schon gewundert. Komm, 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 komm. Läuft wie geschnittenen Brot hier. Ah, die ist aber schon schön rot. Pass auf, die kommt so ein bisschen nah. Dass sie gleich wieder so einen Sprung macht. Ja, jetzt macht sie wieder. Ja. Wieso Check Fire? Ja. Ist da unten. Ja. Ist da unten. Main Target. Was haben wir hier noch? Ach, Pazifist hat die Stern-Taler gewonnen. Das stimmt. Sehr schön. Das ist doch hier, ne? Wo uns, ne? Ja. Pass auf. Ja. Wie immer. Die Sings sind aber echt wies. Nichts. Was ist da überhaupt irgendetwas? Die grinst nicht mal. Ja, ich hab hier noch das andere Target. Gerade unter Feuer. So, welcher hast du denn da? Was haben wir denn noch? Eine 600er oder ist das? 600i ist das, ja. Ja, dann kommen wir da erstmal mit drauf. Dann nehmen wir die erstmal. Ich glaub, da beschicken wir erstmal mehr. Wenn man nämlich immer schön Feuer drauf hält, haben sie nämlich Probleme die Schilder aufzubauen. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vorsicht. Oh, schön, ja. Zeig mir deinen Hintern, Baby. I like big butts in the Cannot Line. I want some butts. Das machen wir demnächst mit der Polaris. Das wird auch noch mal ein Problem, weil Vorsicht, deck einen Boden. 2600 Meter. Der übernommen noch mal 9, ne? Und da hat der Bodenkontakt. Jetzt schön von hinten rein. Das hört sich komisch an. Juhu. Na, seht da, Jungs. Gut Job. Jippie. Aber warte mal, wenn hier ein Crash-Site ist, ne? Was sieht denn hier aus? Die dürfen wir gerne mal angucken. Also, ich hab zwei Unbekannte da. Ich hab hier auf 6 Kilometer Entfernung. Da ist auch noch was, genau. Ich flieg da mal hin. Mhm. Also, von mir 6,6. Ähm, auf der 890 ist, ähm, ein 74 SCU Titanium drauf. Toll. Ja, aber wir haben keinen Aufmerksamkeit da. Kein Traktor da. Ich wollt grad sagen, wer kann's aufnehmen? Ja. Äh, was mir grad... Ich nehm's auf den Schoß. Oh, Feld. Wo ist denn hier der, der, der... Oh, sieht das toll aus. Der Dings fehlt ja hier in meinem Schiff hier. In welche Richtung ich fliege hier? Was ist denn das schon hier für ne Witze? Ah, hin. Das bist du. Ah, hin. Mach's klar. Ich wollte nämlich grad sagen, in welche Richtung... Weißt du doch? Wo? 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 Zapzarab. Hab ich irgendwo was hier übersehen? Über den Höhen? Dirk? Nee. Das ist ja nix über den Höhen. Oh, da stehen ja nur tausend... Mittig... Mittig im Bildschirm. Mittig im Bildschirm. Wo ist hier was mittig im Bildschirm? Hab der Zapzarab. Was tust du doch? Ich hab's der Conny so richtig besorgt gerade. Oh boy. Das klingt so falsch. Ja. Aber sie hat zum Schluss nochmal ne gebissen. Ich darf mich jetzt schon wieder reparieren. Jetzt seh ich's. Ach, die weiße... Ah, jetzt seh ich die Zahl. Okay, alles klar. Ich muss mich hier echt nochmal so ein bisschen erstmal... Ich sag mal, man muss sich noch ein bisschen mit beschäftigen, ne? Ja. Oh, sieht das toll aus, wenn ihr Richtung Sonne schaut. Ja. Oh man. Das ist... Also ja. Ich fliege hier gerade so ein bisschen. Richtung Sonne. Sehr... Das ist einfach ein Traum. Und ich finde, das macht dann alles wieder so ein bisschen wett, ne? Ja. Den ganzen Frust, den man da manchmal auch so ein bisschen schiebt. Oh, ich seh hier vorne erstmal nix. Das... Ich hab's schon ein paar Mal gesagt, wenn das nicht so toll aussehen würde... ...und so tolle Atmosphäre schaffen würde, dann wäre das wahrscheinlich schon längst untergegangen, das Projekt. Tja. Das wäre tot. Geh ich auch von aus, ja. Oh. Hier sind irgendwelche Viecher, ne? Beide sind doch immer die Viecher, ne? Mhm. Ja. Oh ja. Irgendwo... Da ist nochmal was in 2,7. Und das ist die kaputte, ähm... 890. Ja, unbekannt. Moment so nach unbekannt. Ach so. Diese Steine, diese Hügel, das ist wirklich schön. Echt schön gemacht. Ich kann mich da manchmal auch gar nicht dran satt sehen. Da rechts ist was, Doktor? Da blinkt irgendwas. Siehst du das da? Ich weiß nicht, was das ist. Naja. Ja, es könnte ein abgeschütztes Schiff sein, aber wahrscheinlich von uns eben... Der Bogey? Oh oh. Wahrscheinlich ich. Da ist die... Ne, ich nicht mal weiß. Die 890, ne? Ja. Die 890 habe ich gerade zum Platzen gebracht. Ah, okay, dann... Da ist die 890, ne? Oder... Aber wer steht denn da unten? Huch, da... Irgendwas schießt da. Das war ich. Achso, alles klar. Okay, okay. Sorry. Aber... Hier ist ne Siedlung. Also werde ich da mal aussteigen. Ja, gucken kann man ja malen. Ja. Hui. Jawohl. Wir haben ja eh nix zu verlieren. Ach, Frau Greta. Das ist... Ah, das ist hier das Wrack. Das ist ne Crash-Seite. Ja. Huch, jetzt sind's aber dooster hier. Habst du hier was zu looten? Hallo? Loot, 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 loot. Ich hab nix, wo ich's reintunke. Da hätt' ich richtig blöd. Aber egal. Das ist ein Freelancer-Wrack, oder? Seh' ich das falsch? Ne. Sieht mir nach einer Starfarer aus. Oder Starfarer. Ja. Ja. Ist eine. Tatsächlich. Ja, hier liegen auch die ganzen... Ah, die ganzen Doole. Gut. Dann bin ich gleich wieder bei euch da. Grüß schön. Ja gut, zu looten gibt's hier wohl nix. Ja. Ja, das ist hier halt die Location für diese Wrackside-Events, ne? Oh, warte mal. Kann man hier auch hier rein? Das wär' so schön, man könnte ein paar Marker setzen auf der Karte. So eigene Marker. Ja. Das wär' super, ja. Kommt auch noch. Mhm. Soon TM. Mhm. Mhm. Genau. Mit der 1-0. Äh, tatsächlich. Äh. In 50 Jahren. Sei doch nicht so pessimistisch. Muss ich schon ein bisschen blöd sein. Bin ich doch gar nicht. Hier liegt ein Toter. Ja. Gleich mal looten. Ist wahrscheinlich schon gelootet. Nee, den kann ich nur searchen. Äh, das ist dann diese Aufgabe, ne? Finde den und den. Ah, nee doch. Kann ich doch, äh. Wem gehört eigentlich diese, diese Karte, dass die hier rumsteht? Ist das der Spieler da vielleicht, der da tot liegt? Nee, das ist kein Spieler. Auf jeden Fall ist die Cutlass offen. Eine Venture-Rüstung. Ein paar Arme hatte der. Lande mal. Geh mal rein. Wenn das nämlich ein Spielerschiff ist, sollte mir das angezeigt werden, wessen Schiff das ist. Hier liegt noch ne Leiche. Der hat auch nur Boots. Der SPM kann schon fahren. Nein, nein, nein. So was mach ich doch nicht. Ja, Bettinas Bild haben wir im Moment nicht so oft hier eingeblendet, weil wir haben irgendwie Probleme hier. Ja. Woher die auch immer kommen. Ne Zwerg oder keine Ahnung. Wir werden das rausfinden, ich bin mir da ganz sicher. Hier. Rival Property. Wem gehört das Schiff? Das wäre schon mal ganz cool zu erfahren. Hier liegt noch ein. Toter. Ich sage mal. Man kann sie fliegen. Sie ist ein bisschen beschädigt auf der linken Seite, aber ich glaube die würde, die könnte man tatsächlich fliegen. Hier liegen überall Toter rum. Bist du da im Inneren des Schiffs oder wo bist du hin? Ja, ich bin im Inneren. Bist du da reingekommen? Bin ich blöd? Hinten über dieses, du siehst doch dieses Drahtgesteller irgendwo. Ah. Ja, alles klar. Ich renne mich ja schon immer rum. Den Marker sehe ich so mehr oder minder. Aber. Jetzt habe ich es glaube ich. Ne. Naja gut, hier gibt es nur so eine Venture Rüstung und dann irgendwelche. Ich will zwar einfach nur drinnen mal angucken. Was ist schön hängen geblieben? Ach. Man kann nicht mehr herausfinden, wem das Schiff gehört hat. Und? Das ist ja witzig. Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Ritten. Clever hidden. Hoi. Ach, jetzt. Ich bin mir nicht auf dem Kopf. Die liegt ja auch auf dem Kopf. Vielen Dank. Die Morian TV, vielen lieben Dank für den Raid. Schön, dass ihr alle da seid. Lieutenant Pepper, hallöchen. Die Morian. Hallo. Schön, dass ihr da seid und vielen, vielen Dank für den Raid. Genau, herzlich willkommen bei uns und ja, wir haben mal das dir denn zu verdanken, dass du uns raidest hier, uns Kleinstreamern hier. Vielen, vielen Dank und viel Spaß hier und wir hoffen, bei euch lief alles im Stream einwandfrei. Ja, wir haben uns jetzt hier mittlerweile so ein bisschen eingegroovt hier. Wir sind mit dem lieben HC Hidden und mit dem Enigma unterwegs. Ja, also bei uns ansonsten gar nicht perfekt, aber im Gegensatz zu den letzten Tagen. Besser als die letzte Woche. Ja, definitiv. Ja, und wer Fragen ansonsten hat, einfach Fragen. Feel free. Oh Gott. Der kann dir hier auch nicht helfen. wird schwierig, ja. Seid ihr denn jetzt so? Wir sind immer so, lass uns. Okay. Deine Freundin spielt Star Citizen? Das ist gut. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Richtig. Dann bitte schon mal notieren. Genau. Am 13.12. ist die Ladies Night um 19 Uhr. Ich würde mich freuen. Wie heißt denn deine Freundin in-game? Wenn du mir das schreiben magst, dann schreibe ich mir das auf, dann werde ich sie mal anschreiben. Was brauchst du meine, wenn du eine Frau bist, gern? Ja, wenn ihr... Wenn deine Frau teilnehmen... Ach. Schreib ich mir gleich mal auf. Wenn deine Frau ja, daran teilnehmt... Ich weiß ja nicht, wie ihr das sonst im Stream macht. Ich habe euch gerade erst mal ein Follow da gelassen. Dann gucke ich mir das mal in Ruhe an. Sie können auch gerne auf eurem Kanal das Ganze dann streamen. Das ist kein Problem. Also wir sind da komplett offen. Je mehr streamen, desto besser. Genau. Was, Bolzenbande? Glaube ich dir nicht. Lass uns kurz überlegen. Nein. Nie. Ja. Also kein Stress. Sie muss auch nichts Großartiges vollbringen. Also einfach nur dabei sein und sich ein bisschen rum... Ja. Und schippern lassen. Genau. Und ein bisschen was gucken und vielleicht das eine oder andere kann man ja dann auch... Ich weiß ja nicht, was ihr für Pläne habt. Vielleicht irgendwo einen Bunker zu machen oder nur Sightseeing oder so. Genau. Genau. Das hatte ich zum Beispiel vor und... Was hatte ich denn noch? So ein paar Point of Interest habe ich nochmal rausgesucht. Die verrate ich aber noch nicht. Sowas hatte ich rausgesucht und Bunker habe ich rausgesucht und abschließend werden wir das Ganze. Normalerweise machen wir das ja in der Disco auf New Babbage. Machen wir diesmal nicht. Da es ja dann auf Weihnachten zugeht, werden wir das New Babbage am Feuer machen. So. Dann winke ich mal in die Kamera rein. Bettina ist ja nicht zu sehen. Julzi. Ja, ich bin mich auch gerade am lesen. Julzi. Hallöchen. Ach, hier ist die Dummi. Ah. Genau. Okay. Also, ne? Hast du wahrscheinlich mitgehört, ne? Ich würde mich freuen. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also, du bist eine Frau. Das ist sehr schön. Notier dir schon mal, wenn du Zeit und Bock hast. Ich veranstalte so, was weiß ich, drei, vier Mal im Jahr eine, ähm... eine Ladies Night. Und da sind alle Damen herzlich eingeladen. Genau. Wir streamen, äh, und, ja, jede Frau oder, ähm, Frau eines Streamers kann das Ganze natürlich gerne auf seinem, äh, Kanal, dann entsprechend natürlich auch streamen. Äh, wir haben da keinerlei Probleme. Äh, wir machen das hier just for fun, meine Frau und ich. Wie gesagt, wir, äh, ja, dann wissen das ja, wir wollen hier kein Geld verdienen. Wir sind doch kein Affiliate bei Twitch oder sonst was. Wir haben einfach nur Bock drauf, ne? Und vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für den Raid. Und die beiden Follows. Ja. Ja. Ja, dann herzlichen Dank, ihr beiden für den Follow. Freuen wir uns sehr drüber. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen an Bord. Ja, ich denke mal, Bettina wird da auch gleich nochmal ein Follow bei euch lassen, ne? Aber selbstverständlich. Ja, definitiv. Ja, hat ja gerade gut gepasst. Ja, Pepper, wenn das dein Tipp war, vielen, vielen Dank. Daumen hoch, ne? Ja, ich kann ja mal schnell was zur Lady's Night erzählen. Genau, mach ja. Wir, also, früher habe ich das tatsächlich so gemacht, habe gesagt, wir treffen uns, was weiß ich, auf New Babbage oder so, habe festgestellt, funktioniert nicht. Deswegen machen wir das jetzt so. Der Urkfass, der hat eine 890 Jump, die stellt er uns zur Verfügung, wird auch fliegen und wir haben einen Shuttle-Service eingerichtet. Also du bist da auf deiner Homebase oder wo du dich gerade im Wurst rumtreibst und von da holen wir dich ab. Genau, also wie gesagt, 13.12. um 19 Uhr findet das Ganze das nächste Mal statt. Das ist eigentlich Freitag. Das ist ein Freitag. Genau, Freitag, der 13. habe ich mir gedacht, passt. Weil es endet immer so ein bisschen im Chaos und Rossbolzenband sind Frachte, da oben wird gestreamt, natürlich wird gestreamt. Und Julsi, wenn du wissen möchtest, was auf dich zukommt, auf YouTube haben wir auch einen Kanal und da gibt es Best of Ladies Night. Kannst du gerne mal reinschauen, würde ich mich freuen. Und da kannst du mal gucken, was wir immer für ein Blödsinn machen. Du musst auch, ich weiß ja nicht, wie lange du schon spielst, du musst da kein ausgebildeter Flieger sein oder FPS-Shooter. Alles gar kein Problem. Wir wollen einfach nur Spaß haben und das haben wir bis jetzt immer gehabt. Wir haben auch einige Streamerinnen dabei. Wie gesagt, wenn du streamen möchtest, kannst du das gerne tun. Je mehr, desto besser. Genau. Ich habe auch unseren Discord mal reingehauen. Könnt ihr ja mal draufkommen auf unseren Discord. Von da aus wird das dann in zwei Bereiche eingeteilt. Und ja, Shuttle Service haben wir dann deswegen gemacht, weil wir gesagt haben, die eine oder andere weiß vielleicht nicht, wie sie wohin kommt und wie das funktioniert. Wir sagen zwar auch immer, gut, der Mann kann gerne daneben sitzen und mal zeigen hier mit WASD und der Maus, wie das so funktioniert. Und... Darf ich kurz einhaken? Ja, ja, natürlich. Ganz kurz. Kann ich ja mal ganz kurz die Entstehungsgeschichte kann ich ja noch mal ganz kurz erzählen. Und zwar, ich habe mir das... Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre mache ich das jetzt? Vier Jahre? Bestimmt, ne? Drei, vier Jahre. Und ich habe mir immer gesagt, was braucht das für Wörs mehr Frauen? Und ich habe festgestellt, so der ein oder andere traut sich halt da nicht so richtig dran. Wenn vielleicht zu viele Männer dabei sind und da habe ich gesagt, wir machen mal eine Ladies Night und damit die Damen auch mal sehen können, wie geil, wie super dieses Spiel ist. Deswegen sage ich auch immer, wenn jemand das ausprobieren möchte, darf man natürlich auch gerne mit dem Account des Partners reingehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Wenn ihr das mal ausprobieren wollt oder wie gesagt, da lacht auch keiner, wenn was in die Hose geht, geht bei uns auch genug in die Hose. Das ist, ich bin da auch nicht so der hundertprozentige, der sich da hundertprozentig auskennt. Das ist überhaupt kein Ding. Oder man ein Schiff ausprobieren will, immer raus damit. Also ich bin da wirklich für alle Ideen offen. Die Titan, ja genau. Die hat Silja auch, ne? Oder was hat sie? Die Silja? Die Titan, genau. Also unsere Tochter spielt auch. Deswegen die Space-Familie. Die ist auch mit dabei. Wir sind ja in der Namensfindung sehr kreativ gewesen. Space Dirk, Space Silja und die Space Bear. Also wenn man uns da durchs Worst zockeln sieht, wir sind die Space-Familie. Wir gehören zusammen. Nein, die Titan ist auch süß. Ich hab damals mit einer Arrow angefangen. Die Titan ist eine, also einer von zwei besten Starter-Packs, die man eigentlich haben kann. Ja. Im Moment könnte man auch auf eine Dray Cutter zum Beispiel gehen, wenn man also jetzt so gar nicht Fighter-Möglichkeiten in seinem Schiff braucht. Die ist auch sehr gut, aber Titan ist so ein sehr guter Allrounder. Was sie halt nicht kann, ist Mining oder Salvagen oder sowas. Ja gut. Dafür ist das Schiff nicht gemacht. Aber man kann Paketmissionen damit machen, man kann ein bisschen Fracht damit transportieren. und sie kann auch inzwischen recht anständig austeilen im Fight. Die Demo habe ich schon gesehen, ist schon bei uns auf dem Discord. Herzlich willkommen. Wie gesagt, nur einmal die Regeln akzeptieren. Da steht nicht allzu viel drin. Und ansonsten sind dort auch Abkürzungen von Star Citizen drin. Und wenn du sagst, die könnte ich vielleicht bei mir im Discord gebrauchen. Copy and Paste. Nimm dir das mit. Viel Spaß damit. Ist kein Problem. Wir haben hier kein Copyright oder sonst irgendwas. Genauso wie unsere Übersetzung hier auf dem YouTube-Kanal. Wir übersetzen hier immer Inside Star Citizen auf Deutsch. Und das zeigen auch viele Streamer und auch viele posten das in ihrem Discord. Und für alle, die das Ganze dann eben mal auf Deutsch hören möchten, ja, erst dann gucken. Genau. Ach, du spielst seit einem Jahr. Sehr cool. Ja, wie gesagt, wenn du es auskennst, prima. Ich freue mich. Und Rostbolzenbande? Kein Problem. Wie gesagt, Sätze vom Computer ist kein Ding. Wenn sie nicht gehört werden möchte. Ist auch kein Thema. Dann, ja, soll sie einfach nicht in Discord mit reinkommen. Sie hört das ja im Stream, was abläuft. Und wie gesagt, sie wird abgeholt bei Bedarf. Sie wird dann zur 890 hochgeflogen. Und einfach gemütlich was machen. guckt euch auf dem YouTube-Kanal einfach Best of Ladies Night an. Dann wisst ihr, ja, dass das nicht so ernst ist. Genauso wie bei uns hier im Stream. Ach so, das heißt nicht so ernst? Nein, Spaß. Hat er recht mit. Wenn hier irgendwas schief geht oder sonst was, da reißt keiner den Kopf ab. Denn, ne, ist, äh, ist, äh, ist, äh, Ja, spielen hier den Alpha. Als, äh, Shuttle und, äh, Escort Pilot kann ich dann auch sagen, ihr braucht auch nicht unbedingt, äh, euch Verpflegung oder sowas mitnehmen. Und das ist Quatsch. Äh, das bringe ich alles mit. Ja. Und ich werde wieder meinen Picknickkorb packen. Ja. So. Genau, wir haben nämlich auch, das habe ich mich auch vergessen zu sagen, wir haben nicht nur die 890 Jump, wir haben natürlich auch, ähm, um uns herum haben wir Security. Ne, die mit den Schiffen, um, mit, mit Fightern um uns herum kreisen und, ähm, dafür sorgen, dass wir nicht angegriffen werden. Ja, ansonsten seht ihr, ja, wir sind nicht mehr die Jüngsten, äh, ich gehe jetzt ganz stark auf die 60 zu, bei der Con 42, beim Bar Citizen. Ja, nulle ich, da werde ich dann 60, ähm, äh, bin ich mal gespannt, ob sich der Forst Talent da irgendwas ausdenkt. Ich hoffe mal nicht. Und den Tag später werden wir wahrscheinlich auch auf der Bühne sein. Ja, und alle, die gerne Star Citizen spielen. Ui, ui. Edolaster ist nun Sternenbürger. Herzlich willkommen. So, Edolaster, danke. German Warbird ist nun Sternenbürger. Herzlich willkommen. Edolaster, danke für den Follow. Schön, dass du dabei bist. Willkommen an Bord. Und German Warbird. Und wir sind auch nicht mehr die Jüngste mit unseren 31. Also ich werde nächsten Monat 57 und Dirk sagt ja schon 60. Aber wie gesagt, das ist alles überhaupt kein Problem. Das ist ja das Schöne an dem Spiel. Ähm, das macht irgendwie jede Altersklasse. Und man kann auch geil zusammenspielen. Da hat das Alter hat überhaupt keine Bedeutung. Und Lord of Doom, Hallöchen, schön, dass du dabei bist. Frau Seven, sei gegrüßt. Einen wunderschönen guten Abend. Und ja, wir werden heute auch nicht allzu lange machen. Der CRN 42 hatte nämlich schon gefragt. Roger, den habe ich übersehen. Sorry. Das macht nichts. Ich habe das hier noch mit auf dem Schirm gehabt. Das ist gut. Ja, weil morgen früh um kurz noch vier wieder der Wecker klingelt. Und ja, wir brauchen unseren Schlaf. Schöner als Schlaf. Morgen wird es oder so stressig. So, guten Abend, bin hier zufällig reingestolpert. Lass mal ein Follow da. Dankeschön. Beste Grüße aus Thüringen. Schöner Grüße aus Niedersachsen. Gart unterstrich TH ist nun Sternenbürger. Herzlich willkommen. Gart TH, danke für den Follow. Willkommen an Bord. Schön, dass du dabei bist. So, ja, Verteidigung für die Ladies Night. Ja, so einen gewissen Geleitschutz haben wir. Bis jetzt haben wir noch nicht irgendwie, ja, negative Erfahrungen. gemacht wird, sei es gedankt. Toi, toi, toi. War noch kein, ähm, Stream Sniping oder sowas. Also da haben wir bis jetzt echt Glück gehabt. Keine Bad Boys. Und ja, da sind wir auch dankbar, äh, für. Und ich denke mal, einige werden sich da wieder bereit erklären, ähm, ja, entsprechend, ja, mit Geleitschutz zu fliegen. und außerdem haben wir die besten Fighter, äh, des Wörls um uns herum. Also da mache ich mir so gar keine Sache. Und Pazifist, du bist böse. Ja, Ross Bolz mal, ja, kein Problem, gerne. Ich antworte da jetzt zwar nicht drauf, ne? Aber wir schweigen das jetzt weg. Ja, aber Pazifist, der weiß ja, dass ich für solche, äh, Sprüche auch gerne mal, äh, zu haben bin. Ja, ansonsten, ihr habt es mitgekriegt, wir kommen aus dem schönen Niedersachsen, aus Hannover, wo eine Bar Citizen stattgefunden hat. Also, ja, wer das Video dazu sehen möchte, da ist Bettina übrigens auch drauf zu sehen, dann wisst ihr auch, wie es aussieht. Aber ich glaube, der Demurian, der meint die Bar Citizen, ähm, äh, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, genau. Wo der CON42 in Frankfurt. Genau, einfach, äh, ausrufezeichen, CON42 eingeben, also CON42. Und dann wisst ihr, was die CON42 ist, wenn das noch lief ist. Die lohnt sich, auf jeden Fall. Genau, nächstes Jahr wird das wirklich cool werden. Danke, CON42. Ja, wir werden nämlich auch diesmal mit wohl auf der Bühne, auf dem Panel da sitzen und Rede und Antwort stehen dürfen, als Space-Familie. Bin ich mal gespannt. Da freuen wir uns drauf. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Convention. Wie gesagt, nächstes Jahr, 16. und 17. 5. 16. ist die Bar Citizen und am 17. 5. ist die eigentliche Convention. viele, viele, viele Organisationen, die dort, ja, ausstellen und, ja, Sachen zeigen. Sehr, sehr interessant. Wie gesagt, ansonsten, es gibt auch noch einen YouTube-Kanal von der CON42, da könnt ihr gerne auch mal drauf gucken. Und dann wisst ihr so circa, wie das da aussieht und was da so alles abläuft. Also sehr, sehr interessant, muss ich sagen, hat uns wirklich nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, ja, mal ein bisschen weiter zu blicken, was Organisationen und sowas betrifft und haben da wirklich tolle Kontakte geknüpft. das Zubringer-Shuttle mit der 400i. wir fliegen meistens hier mit der kleinen Peiskes oder sowas, weil wir da sagen, ja, damit kann man nämlich auch in der 890 landen. Definierung, wo bist du? Ich stehe neben dir, da war eben eine weiße Wand. Ach so. Man konnte die Hornet gar nicht mehr sehen, das sah aus wie so eine weiße Kalkwand. Cool, Entschuldigung, wie so rausgerutscht das hoch. Ist doch gar kein Problem. So, ja, und wie gesagt, am 16. für die Bar Citizen müsst ihr dann extra noch ein Ticket kaufen und ja, gibt lecker Essen da, es gibt auch ein Discord von der Coin42, ja, fürs Bar Citizen, das Ticket kostet 40 Euro, mal gucken, 37 Stück sind noch verfügbar. Ich schalte mal kurz um hier. Wie gesagt, Frankfurt Mülheim am Main ist das Ganze und ja, gucken von den anderen Tickets, was gibt es da noch. So, 17 Bronze gibt es nur noch, 80 Silber und 93 Gold Tickets gibt es dort noch. Ja, und wer sich das Video von der Coin42 anguckt, ja, wird lächeln, denn da ist auch unsere Tochter drauf zu sehen, die Silja, die kommt nämlich hier, ne, war das gerade nur so ein bisschen zu sehen, auf dem Video ist es ganz zu sehen, kommt sie nämlich gerade hinter so einem Karton vor und ja, wurde gleich gefilmt. Ja, war sehr, sehr, wie gesagt, interessant. Viele tolle Ideen, die die ganzen, ja, Spieler und Organisationen da eingebracht haben. Wie gesagt, wir freuen uns schon wieder aufs nächste Mal. Weil wir haben bei uns immer so, ja, die Meinung, wenn Coin42 ist, braucht unser Dienst her, dadurch, dass wir auch Wochenende machen und so, nicht dran denken, dass wir da arbeiten. Ähm, da sind wir auf jeden Fall raus. Ja, die Starlight Nomads, denen hat man nämlich auch beim Aufbau da geholfen, also das war echt cool gewesen, muss ich schon sagen, ne. So, Pepper meldet sich ab, eine wunderschöne Nacht, genau, wir sind auch gleich hier verschwunden, schlaf auf jeden Fall schön, danke nochmal, ne, dass du die beiden zu uns, äh, geschubst hast, ne, vielen, vielen Dank und, ja, bis zum nächsten Mal, ne, halt die Ohren steif, ne, Mittwoch sind wir 19 Uhr wieder da. Genau, freuen wir uns auch schon drauf. Wie gesagt, dann ist das nicht ganz so, ganz so stressig. Na. Strickerbex ist nun Sternenbürger. Herzlich willkommen. Strickerbex, danke für den Follow, schön, dass du dabei bist, willkommen an Bord. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind gerade beim Thema Kon 42, wie gesagt, die Programmierer stehen da oben alle noch, Rede und Antwort auf Englisch und, ja, Bloody und, ja, macht da sehr viele tolle Interviews und der liebe Forsterland ist da mit dem Kamerateam unterwegs. Ja, wer ihn nicht kennt, ja, wird ihn vielleicht gleich kennenlernen, denn wir raiden gleich auch nochmal und, das habe ich mir schon gedacht. Und dann werdet ihr, ja, Forster kennenlernen, live und in Farbe, ein wirklich sehr, sehr lieber und netter Mensch, mit dem man viel, viel Spaß haben kann. Den werden wir übrigens auch nächstes Wochenende schon treffen. Ne, nächstes, doch, nächstes. Da ist es dann. Ach ja, folgende kommende Samstag wahrscheinlich. Genau, genau. So, noch jemand ist uns auf dem Discord gefolgt. Einfach immer nur kurz die Regeln akzeptieren. Das sind nur sieben oder acht Regeln. Nichts Großes, Wildes. Und dann seid ihr voll dabei und entsprechend hier freigeschaltet. Und wer möchte, ja, kann auch gerne mal in so einem Stream mitmachen, so wie heute Hidden und Nigma das gemacht haben. Hidden gehört ja schon fast hier dazu, sag ich mal. die gehört zur Familie. Genau. Ein Stream ohne Hidden ist möglich, aber sinnlos. Sinnlos. Genauso wie mit Nigma. Und in Nigma natürlich auch. Genau, genau. Ja. Nett. Ja, also. Und wenn man den Forster noch nicht kennt, achtet, man sieht ihn in der Cam, achtet auf das wunderschöne Sofa. Im Hintergrund. Ja. So, ja, liebe Leute, wie gesagt, heute war es nicht ganz so lang. Mittwoch wird es vielleicht ein bisschen länger. Wir hoffen mal, dass Mittwoch, ja, vielleicht schon die Punkt drei, obwohl, nee, die werden sie wahrscheinlich erst Ende der Woche frühestens rausbringen. So, wir bedanken uns auf jeden Fall erst mal bei allen, allen Followern. Vielen, vielen Dank. Interessant wird es hier dann auch nochmal entsprechend, wenn es zur IAE geht im November, Ende November, weil dann hauen wir auch ein paar Giveaways aus eigener Tasche hier raus, ein paar Giftcards. Macht da gerne mit. Schaut einfach immer mal zu. Macht hier mit im Stream-Chat. Verdient euch ein paar, ja, Sterntaler. Macht bei den, Reffels mit. Bettina weist da immer freundlicherweise drauf hin und, ja, dann können wir da nochmal extra Punkte verdienen. So, wo ist denn Sascha? Das fragen wir uns momentan auch so ein bisschen. Der macht sich so ein bisschen rar. Noch kein Anschluss. Nee, Sascha hat das Problem, dass er kein Internet hat. noch die nächsten acht Tage, glaube ich noch, oder neun Tage. Das muss ich gar nicht. Ah, gut, gut zu wissen. Ja, man müsste auch mal so hier im Discord lesen, dann wusste man das. Oh Gott, ich kriege heute wieder kein Rückenkrollen. Ich sehe das hier schon wieder. Heute gibt es wieder eine Nackenschelle. Heute gibt es eine Nackenschelle. Da gibt es dann einen schönen Sound zu. Sekunde mal, wo habe ich den da? So geht das dann hier heute Abend. Klatsch. So, und jetzt geh schlafen. Sei ruhig. So ein Ding ist das. Habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ich lese das schon, aber wie gesagt, Tage bin ich nicht so gekommen. Ja, bei uns ist im Moment alles so ein bisschen stressig hier. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie ist alles sehr schnelllebig geworden bei uns momentan. Genau, genau, genau. Egal. Ja, morgen, wie gesagt, wird es im Laufe des Tages dann ein, ja, Sys Week in Star Citizen wieder von uns geben, irgendwann nachmittags, weil, ja, bis mittags müssen wir arbeiten, dann müssen wir noch ein paar Sachen kaufen und noch ein paar andere Sachen erledigen und wenn wir dann nach Hause kommen, ja, vielleicht einsprechen, vielleicht mache ich es dann fertig und, ja, das soll es dann auch für morgen gewesen sein. Wie gesagt, Mittwoch sind wir wieder am Stream und Donnerstag gehe ich mal stark von aus. Wird dann endlich das nächste Inside Star Citizen rauskommen und dann werden wir uns wieder ans Übersetzen machen und das Ganze dann hier wieder auf YouTube veröffentlichen. So, es freut uns auf jeden Fall auch, ja, nicht nur, dass wir Follower hier dazu gewonnen haben, sondern auch, ja, weitere Frauen dazu gewonnen haben zur Ladies Night. Da freue ich mich auch. Genau, da werden wir noch mal ordentliche Werbung machen. Wie gesagt, Kon 42 ist noch ein bisschen hin, aber wir werden auch da immer mal wieder Werbung für machen, weil wir das sehr schön finden. Eine Convention, ja, von der Community für die Community, also da verdient keiner irgendwie Geld in der eigenen Tasche oder sonst was, sondern, ja, das geht da alles, ja, für Bühnenbau und sonst was drauf. Also da geben die ganzen Orcs sich richtig Mühe. Wir wissen, wovon wir reden. Wir waren nämlich das letzte Mal dabei und haben da entsprechend mit aufgebaut und die Tage waren, ja, purer Stress, aber es hat sich letzten Endes gelohnt und das ist die Hauptsache. Diesmal werden wir als Gäste dabei sein und vielleicht auch sogar live streamen. Genau, Kon 42, Eis, Dani, Dani, wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut. Ja, ihr seht's hier, gerade Brian Chambers war da, mit dem hat man nämlich auch noch zusammen Foto gemacht und so. Ja, und wirklich ganz, ganz großes Kino, was da auf die Beine gestellt wird. Die großen Vorbereitungen laufen schon wieder. Wie gesagt, die haben auch einen Discord, da kann man auch mal so ein bisschen reinschnuppern. Guckt euch einfach das Video von der Kon 42 auf deren YouTube-Kanal an und ja, ihr werdet begeistert sein und das lohnt sich da wirklich fürs Wochenende hinzufahren. Wir wollten mal daran teilnehmen, da hat's leider dienstlich nicht gepasst, weil wir da wieder arbeiten durften, wie es dann immer so ist und ja, dann auf einmal, ja, Corona-Zeit, da war da nichts mehr mit. Kon 42, ja, und irgendwann hieß es, Kon 42 startet wieder und ich hab gesagt, da haben wir frei, da haben wir frei, egal was kommt. Und ja, so war's dann auch, Gott sei es gedankt. Und wie gesagt, für uns jetzt jedes Jahr, denke ich mal, werden wir dabei sein. So, liebe Leute, vielen, vielen Dank nochmal, ne, für alle Raids und für alle Follows. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Wir werden sehen. Ich wollte gerade sagen, wann kommt da denn endlich, der Tim? Da kommt er aus dem Gewicht. Nur also ganz kurze Erklärung, er macht nebenbei unsere Dienstpläne. Aber da gibt's dann mal ein kurzes Gespräch und dann haben wir das. Da haben wir das ganz, ganz schnell erledigt. So, wir werden gleich noch einen schönen Raid machen, aber wir verabschieden uns erstmal. Enigma, bitteschön. Ja, ich sag Dankeschön, war eine schöne, nette, kleine Runde und ich freue mich aufs nächste Mal. Ihr uns auch, sehr schön. Genau, war ja wirklich heute mal ein bisschen kleiner, ein bisschen kürzer, aber gut, wir haben zumindest unsere NPC-Aufgaben erledigt oder unseres. Es war ein Feldversuch, ob es überhaupt funktioniert. Ja, ja, und mal wieder eingerufen aufeinander, weißt du so, wir vier haben ja das schon öfters gemacht, aber ist ja dann doch immer mal wieder so ein bisschen ungewohnt und wieder neu. Man merkt dann doch, wenn man so gemeinsam kämpft, dass man sich da so ein bisschen dann doch mit Kommunikation und gegenseitigem Aufpassen so ein bisschen beschäftigen sollte. So, dann der liebe Hinden. Ja, vielen Dank fürs Mitnehmen auf jeden Fall, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Immer gerne. Und ja, immer wieder gerne. Ja, vielen Dank an euch beide für die tolle Unterstützung. Ihr habt das echt super gemacht, ohne euch etwa diese ERTs und sowas definitiv nicht geschafft, bin ich mir ganz, ganz sicher. So, dann verabschiede ich mich und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, Mittwoch seht ihr uns hier nochmal live. Ansonsten alles andere auf dem YouTube-Kanal oder im Discord. Vielleicht hört man sich da ja dann auch nebenbei mal, ja, bleibt gesund und munter und man sagt ja immer so schön, das Beste kommt zum Schluss. Bettina, bitteschön. Och, das ist mal lieb. Dankeschön. Ja, ich will ja noch Rollen haben. Ja, ich glaube auch. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht mit euch allen. War wirklich toll. Klasse Runde. dafür lohnt es sich, dieses Spiel da durchzuhalten. Dieses Spiel weiter zu spielen, auf jeden Fall. Habt eine ruhige Nacht, eine schöne Nacht. Wir sehen uns Mittwoch. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Nachti. So, und jetzt kommt nochmal für alle, die es noch nicht kennen, unser Space-Familien-Lied. Viel Spaß. Wir sind die Space-Familien-Lied. Wir sind die Space-Familien. So, warum der Sound jetzt plötzlich doppelt ist, gute Frage. Nächste Frage. Wir machen das jetzt anders. Das Raffel läuft jetzt hier noch durch. Das lassen wir noch einen kleinen Moment durchlaufen. Und dann, ja, werden wir dann den Raid starten. Ja, geändert ist eigentlich nichts hier. das Einzige, was ich vorhin gemacht hatte, war hier Touchportal nochmal neu gestartet. Ne, nicht neu gestartet, aber das hätte ich vielleicht nochmal sagen. Genau, Dirk und Bea singen es. Ja, ja, genau. Ja, für alle, die das Lied hören möchten, ja, einfach am Anfang des Streams mal reinschauen. da am Ende der ersten 10 Minuten, da geht es dann nämlich los mit dem Lied. Ja, Lied über die schöne Space-Familie. So, jetzt geht nochmal alle rein mit einem Ausrufezeichen Join hier. Ne, und verdient euch nochmal ein paar schöne Sterntaler hier. Ein paar Sekunden habt ihr noch genauer Eis dann, die macht das ruhig. Wie gesagt, wir hauen wieder ein paar Giftcards raus, wenn es dann zur IAE geht und hauen dann vielleicht auch nochmal welche raus, wenn es dann soweit ist mit Weihnachten oder sowas. Vielleicht hauen wir da auch nochmal was raus. Oh, jetzt Nigma auch oder Moin Moin, sei gegrüßt, äh, ja, zur späten Stunde. Wir sind schon am Ende unseres Streams, aber, ähm, ja, du hast noch die Möglichkeit, Ausrufezeichen Join einzugeben, ganz schnell los. So, ein Raid habe ich schon mal erstellt. So. Strieh durch, Enigma hat gewonnen. Das ist doch nicht euer Ernst. 25 Sterne, juhu. Hurra. Jetzt sind wir gut. Danke. Na also, läuft doch. So, wir wünschen euch was. Der Raid startet. Viele Grüße an die, ähm, Mörk-Organisation mit dem lieben, lieben Forst-Talent. Wie gesagt, die freuen sich auch immer über ein Follow. Und wie gesagt, macht mal Forster, äh, ob das, äh, Sofa da hinten, das Weiße echt ist, oder ob es nur, ähm, ja, ein Plakat ist. So, ciao, ciao. Ach, riech.